Hallihallo ihr Lieben, ich durfte mir was aussuchen, diesmal bei New Craft Day. New Craft Day hat mich angeschrieben und hat gefragt, ob ich mir nochmal was aussuchen möchte. Sie hatten mir ein paar Produkte vorgeschlagen und ich fand das mega süß. Ja, ich würde sagen, wir packen das aus. Ich habe auch einen Code für euch, Sunny 10, werde ich auch einbinden. Ich mag New Craft Day mit am liebsten von den Firmen. Sie haben so eine schöne Auswahl und auch die großen Bilder lassen sich super pengen. Die Steine haben eine richtig gute Qualität und ich habe mir dieses schöne Bild jetzt ausgesucht. Ich fand das so schön. Hätte auch zum Butterfly Event gepasst. Das ist ja leider schon vorbei, aber ich fand das so schön, dieses Bild. Schaut mal, dieses schöne Bild durfte ich mir aussuchen. Ist das nicht traumhaft? Ich liebe ja solche Kleider. Ich selber habe, als ich geheiratet habe, ein Prinzessinnenkleid ausgesucht. Ich mag das, wenn das oben schmal ist und dann ganz weit auseinander geht. Ich finde es wunderschön. Ist nicht jeder Geschmack, von jedem der Geschmack so. Und ich liebe Rosen und ich habe deswegen mir dieses wunderschöne Bild ausgesucht. Die Frau hat hinten an dem Kleid einen riesengroßen Schmetterling und dann hat sie noch ein paar Vögel, die da rumfliegen. Das ist alles zu bepainten. Wir haben hier schöne Rosen und guckt mal, der Druck ist auch richtig gut. Und wir haben hier schöne Sondersteinchen auch im Hut und hier im Kleid. Und es ist nicht so viel zu bepainten in dem Bild. Deswegen hatte ich gedacht, wir fangen einfach mal an und wir painten das jetzt zusammen, falls ihr Lust habt. Ich hole mal diese Knitterfolie weg. Achtet darauf, dass ihr diese Folie ausprobiert, wie rum sie wieder rauf gehört. Oder ihr merkt es euch. Ist das nicht ein schönes Bild? Und ich finde das so schön mit dem Kleid und diesem großen Hut. Wir haben nämlich hier Schmetterlinge. Deswegen hatte ich gesagt, das passt auch zum Butterfly-Event. Wir haben hier Schmetterlinge und wir haben natürlich hier diesen riesengroßen Schmetterling auf ihrem Kleid hinten. An der Schleppe wollte ich gerade sagen, aber es ist ja kein Hochzeitskleid. Genau. Ich finde, es hat so ein bisschen auch so einen spanischen Touch. So, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe auch passend dazu ein Magnet. Da muss ich euch gleich was erzählen. Mein Magnetschiffchen von Kevgo. Kevgo Design. Schaut gerne mal rein auf Instagram. Und ja, ich habe immerhin keinen Deckel drauf, sondern ich mache einfach meinen Coverminer darauf. Richtig cool. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal das Toolkit an. Das ist dieses... Das Schiffchen ist jetzt ein bisschen fester. Finde ich cool. Das sieht man hier. Das ist ein richtig schön festes grünes Schiffchen. Richtig stabil. Nicht diese halb durchsichtigen, wie ihr seht. Dann haben wir hier ein Standardstift dabei. Den verwende ich ja für andere Sachen. Und diesen viereckigen... Das viereckige Wachs. Wir haben wunderschöne Strasssteinchen, die wir uns direkt mal anschauen, da wir ja eh jetzt Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Und willkommen auf meinen Kanal, wenn du neu bist. Dann lass auch gerne ein Abo da und ein Like, wenn es dir gefällt. Und natürlich auch, wenn du ein... Moment... Ich finde, das ist den Anfang gar nicht. So, jetzt habe ich es. Wenn du ein langjähriger Zuschauer bist, dann freue ich mich natürlich auf. Wir haben jetzt seit drei Jahren den Kanal. Also ich habe den Kanal seit drei Jahren. Und seit drei Jahren könnt ihr meine Videos schauen. Und wir sind auch gewachsen um einiges. Freut mich sehr. Es hat natürlich ein bisschen gedauert. Aber ich mache es ja einfach nur... Ja, nicht mit dem Hintergrund irgendwie Geld damit zu verdienen. Sondern ich möchte euch zeigen, was ich alles Schönes... ...painte. Was ich mir aussuchen darf. Was so mein Geschmack ist. Ich möchte... Ja, ich möchte euch einfach mitnehmen. Und das war eigentlich der Hauptgrund. Weil ich einfach Lust habe, das euch mitzuteilen. So. Im Freundeskreis habe ich eine Freundin und meine Mutter, die noch paintet. Ansonsten habe ich keinen, den ich da begeistern und das zeigen kann. Deswegen zeige ich euch das. Ihr dürft jetzt hinhalten, sozusagen. Oh, guckt mal, wie groß die sind. Riesengroße Steine haben mit dabei. Die sind nachher hier im Kleid drin. Wir haben die nochmal in pink und in klein. Dann haben diese wunderwunderschöne Rosen mit dabei. Und das andere sind normale Strasssteinchen. Schöne Farben aber. Viel Grün natürlich. Hier haben wir noch so ein schönes Rosé. Ein Rosé-Ton. Ah, okay. In die Blumen hier kommt ein Rosé-Ton. Okay, da hätte ich mir jetzt so ein bisschen kräftigeres Pink gewünscht. Obwohl, das Rosé wird auch schön aussehen. Ja, wir gucken mal. Ich würde sagen, wir fangen an. Ich habe meine sogenannte Game of Jones Schere mit dabei. Wie mein Mann immer so süß sagt, weil er selber guckt, kein Game of Jones. Das ist natürlich eine Vintage angehauchte Schere. Aber mein Mann sagt immer ganz, ganz liebevoll dazu, Game of Jones Schere. Hast du deine Game of Jones Schere wieder mit dabei? Die mag er auch am liebsten. Also er nutzt sie selber sehr, sehr gerne. Wenn er mir mal hilft. Ja, mein Mann hilft auch mal beim Abkitten. Ganz selten. Aber wenn er mal Lust hat und ich ihn frage, dann ist er auch mit dabei. Und zusammen macht das viel mehr Spaß. Ansonsten interessiert man sich tatsächlich nicht so sehr fürs Diamond Painting. Er schaut auch meine Videos nicht. Zum Glück. Wenn er wüsste, was ich alles so kaufe. Ach Gott. Ja, das ist mein eigener Stift. Ich mache den in verschiedenen Farben. Der hier muss nochmal geschliffen werden. Ich mache die mit Nassschliff und bearbeite die nochmal. Damit so ein paar Unebenheiten raus sind. Die Stifte mache ich selber. Aus Fimo. Und die könnt ihr auch demnächst bei mir kaufen. Entweder über einen Instagram Shop. Also über meine Instagram Seite kreativschmuck.sandra. Ich verlinke das auch unten. Oder über meinen Etsy Shop. Da gehen jetzt die ersten Stifte rein. Das werden immer nur so drei, vier Stifte sein, die drin sind, weil die ein bisschen Arbeit erfordern. Also es ist mit Liebe handgemacht und mit viel Zeit handgemacht. Da steckt viel Zeit drin. Das ist ja auch Ofen härtende Knete. Genau. Das sieht ganz schön aus, das Rosa. Finde ich gar nicht so schlecht. Ich mache mal den Fokus fest, damit er nicht immer neu versucht, das Bild zu schärfen, wenn meine Hand kommt. Und das Rosa sieht schön aus. Genau. Und die mache ich in verschiedenen Farben, verschiedenen Mustern. Ich habe jetzt ungefähr zehn Stück fertig. Ich habe schon von einer Freundin eine Bestellung bekommen nach ihren Farbwünschen. Also ich nehme auch gerne Farbwünsche an. Und das macht mir auch richtig viel Spaß. Aber wie gesagt, das nimmt ganz viel Zeit in Anspruch. So ein Stift. Die kriegt ihr bei Etsy für ungefähr 12,95 Euro bei mir. Je nach Dicke, die günstigeren sind auch bei 11,95 Euro. Also das ist jetzt eine dickere Variante. Ich habe auch dünnere. Die kriegt ihr dann für 11,95 Euro, nicht für 12,95 Euro. Und wenn ihr das über meinen Instagram-Shop macht, weil Etsy kriegt natürlich Provisionen, dann schreibt mich an, dann kriegt ihr so einen Stift auch für 10 Euro. Genau. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Die sind richtig gut in der Hand. Also 3D-Stift ist sehr leicht, sehr, sehr leicht. Dann gibt es noch die Harz-Resin. Die finde ich sehr schwer teilweise. Und für mich ist es tatsächlich das perfekte Gewicht. Das perfekte Gewicht für mich haben diese selbstgemachten Stifte aus Ofenherdene Fimo-Knete. Oh, das sieht richtig schön aus mit diesem Rosa. Richtig schön. Schaut mal. Ich mache meinen Fokus wieder aus. Und der Kleber ist auch gut. Und es klebt auch tatsächlich nur da, wo es kleben soll. Ich finde dieses Kleid wunderschön. Auch hier diese Farbübergänge, ne? Lila, blau. Das mag ich ja total gerne. Pink, lila und blau. Diese Farbkombi liebe ich. Und dann hört man das Geräusch. Ja, genau, was ich euch sagen wollte zu diesem Fleck hier. Oh, ich bin ja auch in Schussel, ne? Mein Kleiner, der ist ja jetzt, der heißt Luca. Und der wird jetzt zwei im September. Und es ist unglaublich. Er geht überall bei. Wie neugierig kann ein Kind sein? Ist ja auch schön und macht auch Spaß, ihm dabei zuzusehen. Er paintet jetzt auch gerne. Mehr oder weniger. Er möchte immer mit dabei sein. Er möchte das machen, was Mama macht. Das wird auch viel nachgeahmt, typisch. Was ich mache oder auch, was der Bruder so für Blödsinn macht. Jetzt mittlerweile ist es so, eine Zeit lang hat er hier immer vom Balkon. Wenn ich ganz kurz hier, wir haben eine Loggia und einen Balkon. Und auf der Loggia sind so unsere Pfandflaschen, ne? Auch Energydosen, leere. Und unsere, wir trennen ja den Müll, unser Plastik und unser Papierkorb ist da. Ja, was ich so einiges schon runter, äh, schon hochholen musste, das glaubt ihr nicht, ne? Also man macht nur auf, um sie was zu holen. Und zack, ist der Kleiner, als würde er schon vor der Tür so lauern. Oh, wann machen wir mal die Tür auf? Dann kann ich wieder was runterschmeißen. Und manchmal hat er auch Spielzeug in der Hand und dann zack, und dann hat er das runter. Also kurz schnell kann man gar nichts gucken, ne? Und unsere Nachbarn unten, richtig witzig. Letztes Mal haben wir ein Foto geschickt bekommen. Unten lag wieder irgendwas. Das war aber ein Stück Papier oder so. Ähm, ja. Er wirft einfach alles vom Balkon. Oder Treppenhaus auch. Ja, unsere Schuhe, die fallen auch ab und zu mal aus dem zweiten Stock herunter. Ich hoffe immer, dass da keiner steht und einen Schuh abbekommt. Das ist unglaublich. Wirklich. Ich hab schon gedacht, ey, solange er nicht irgendwann mal mein Handy oder mein Schlüssel zu fassen kriegt und da ein Treppenhaus runterfällt, weil das wird ganz schön laut sein. Und mein Handy wird bestimmt kaputt sein. Ähm, man weiß jetzt, wie man damit umzugehen hat, weil man, ähm, die ersten Male hab ich nicht schlecht geguckt. Aber mittlerweile hat man sich schon dran gewöhnt. Man weiß schon, was er für Blödsinn macht. Und kann dementsprechend dann auch besser aufpassen. Ähm, mein Sohn damals, mein Großer mittlerweile, der hat früher immer die Wäsche. Der hat aber auf dem Balkon nicht hier nach vorne hin, sondern hinten raus, ähm, hat er mir vom Wäscheständer tatsächlich meine Wäsche runtergeschmissen. Und die lagen dann irgendwo im Gebüsch auf dem, auf dem Gebüsch. Bei den Nachbarn unten. Och nee. Ja, Bälle natürlich auch. Die sind auch ganz schnell unten. Es ist unfassbar. Ich hab schon gesagt, wir kaufen uns irgendwie so ein, äh, für Katzen gibt es ja diese, für den Balkon, diese Netze. So, ne? Dass wir uns da so Netze kaufen. Nicht, weil wir Katzen haben, sondern weil uns unsere Kinder da alles mögliche runterwerfen. Hätte ich mir auf jeden Fall viele Wege gespart. Sagen wir mal so. Ja, und um auf diesen Fleck jetzt zurückzukommen. Ich hatte auch meinen Paintingplatz, wo er auch gerne bei geht. Der ist nämlich offen, damit ich nicht immer alles wegpacken muss. Ich hab mal einen Paintingplatz im Wohnzimmer. Ähm, da hat er ein Nagellack gefunden. Den hab ich vergessen, am Tag davor wegzupacken. Und ich denk so, hm, wieso ist der denn so ruhig? Ja, guck ich. Ist halt mit meinem Nagellack zugange, ne, Leute? Ich glaub's nicht. Also, mein Bild hat was abgekriegt. Ähm, es riecht in der Ecke jetzt seit zwei Tagen immer nach Nagellack. Nagellack. Ganz toll. Ähm, er hat das natürlich nicht in den Mund genommen oder sonst irgendwas. Ähm, da war ich schon, sag ich mir, schnell genug. Aber, äh, es geht rucki zucki. Halbe Flasche natürlich leer. Ja, auf mein, ähm, Bild, was ab, ist was abge, äh, ist was drauf. Und er hatte sein Bein, er hatte eine kurze Hose an, da klebte erstmal Nagellack auf sein Bein. Da haben wir auch über einen Tag gebraucht, das irgendwie abzukriegen. Also, wir haben es immer so vorsichtig abge, ähm, gezogen. Weil mit Wasser kriegt man es nicht weg. Das ist einfach so. Und, ja, und da hat er, das hab ich aber nicht gesehen, das hab ich jetzt erst gesehen, wo ich das Schiffchen benutzen wurde, hat er auch einen Klecks Glitzer auf mein Schiffchen gegossen. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, ne? So ein bisschen Glitzer, aber... Es klebt ja auch nicht, es ist ja getrocknet. Ähm, es sah, sieht auch tatsächlich auf mein Bild aus, was ich, äh, aus, was ich da liegen habe. Als hätte die Fairy Dust Steiner einge, eingearbeitet, ähm, aber leider nicht an der richtigen Stelle. So mitten im Gesicht. Ach, nee, Kinder. Ja, das wollte ich unbedingt erzählen, damit ihr wisst, womit ich hier immer zu tun habe. Ähm, ja, wird Zeit, dass der Kleine in die Kita kommt. Geht er auch im September, zum zweiten Geburtstag. Ähm, das ist schon ein sehr anstrengendes Alter, sagen wir mal so. Ja. Aber es macht natürlich Spaß. So, ich werde nochmal... Die Kamera festmachen. Ja, ich hoffe, ähm, ihr habt die heißen Tage, die sind ja gerade bei uns vorbei. Wir haben ja jetzt Regen seit zwei, drei Tagen. Richtig dollen Regen und wir hatten auch Gewitter. Ich hoffe, ihr habt die heißen Tage überlebt. Wir hatten ja zwischen 28 und 32 Grad hier. Es war echt, ähm, krass. Wir haben zum Glück, ähm, um, um die Wohnung herum sind ganz viele Bäume und die halten das so schön kühl, die Wohnung. Man darf natürlich nicht die, äh, Fenster oder die, äh, Balkontür auflassen. Da hatten wir dann schon drauf, dass wir dann, dass wir die immer gleich wieder zumachen. Morgens lüften, Gardinen zu, beziehungsweise die Plissés, ähm, runter machen und dann ist das gut auszuhalten bei uns. Es ist richtig schön kühl durch die Bäume. Dementsprechend natürlich auch ein bisschen dunkler, ähm, weil wir hier die Bäume vor der Lodge hier am Balkontür und den großen Wohnzimmerfenstern haben. Das ist ein bisschen schade, aber es hat alles Vor- und Nachteile. Und ich glaube, ich habe es lieber schön kühl und schwitze mich hier nicht ab im Sommer, ähm, als dass ich hier dann mal das Licht öfters anhaben muss. Also ich habe hier eigentlich fast immer Licht an. Im Sommer geht es, aber auch da muss ich nachmittags dann schon das Licht anmachen, damit es hier nicht so dunkel ist. Aber es ist schön kühl. Das ist wichtig. Wir brauchen hier keine Klimaanlage, was ja eh nicht so gesund ist. Meine Eltern zum Beispiel, die haben Neubau aus 2018, 17, 18, Neubau. Und da, über denen ist es immer so heiß, äh, im Winter ist es natürlich schön. Die haben auch Bodenheizung, aber es ist so warm da immer und die haben so eine trockene Luft, ähm, das ist immer sehr unangenehm. Da gehe ich auch immer mit T-Shirt hin und schlafen, wow. So, oben im zweiten Geschoss, das hältst du nicht aus, auch mit Fenster auf. Und da sind auch nur so kleine Fenster. Es ist berührend heiß. Also meine Eltern haben sich auch schon so einen Dach, äh, so einen Deckenventilator gekauft, so einen großen. Aber in dem Gästezimmer ist das nicht und es ist einfach nur heiß. Also wenn du da, ich möchte, ich, ja, ich bin froh, dass es für sie so kühler ist. Ich könnte da nicht schlafen, unglaublich. Ich würde, glaube ich, freiwillig draußen im Zelt schlafen oder so, damit man es einigermaßen aushalten kann. Also ich schlafe da immer sehr schlecht, weil es zu heiß ist. Meine Eltern haben nämlich eine Sauna und, äh, da habe ich eine Zeit lang öfters mal geschlafen. Dann, wenn nämlich die Kleinen, also in dem Fall war es damals Leon, ähm, wenn der Kleine schlief. Der ist ja auch jetzt schon nicht mehr klein, der wird jetzt sechs dieses Jahr. Wenn der, ähm, geschlafen hat, dann sind wir in die Sauna gegangen. Und dann habe ich halt bei meinen Eltern geschlafen und das war immer, wow, einfach zu warm. Und wenn wir nur 20 Grad draußen hatten, dann waren drin 26 Grad oder so zum Schlafen. Es ist der Wahnsinn gewesen. Nee, nee, das muss ich nicht haben. So, ich mache die Rose noch und dann würde ich sagen, können wir mal beim Kleid beigehen, oder? Ich werde das Bild auch heute Abend fertig painten dann. Schaut gerne auf meinen Instagram, äh, Instagram, genau, Instagram, ähm, Account mal vorbei. Da poste ich fertige Bilder oder auch gerade, was ich so mache abends. Wenn ich painte, dann ist eigentlich fast immer ein Video oder ein Bild in der Story. Schaut gerne mal vorbei. Mögt ihr gerne Teilbilder? Ich finde Teilbilder zwischendurch ganz schön und ich mag das, dass man, ich painte ja grund, also sehr viel eckig, ähm, und dass man da einfach Abwechslung hat. Ja, klar, es gibt jetzt, ähm, relativ neu, sage ich mal, auch so Mix, Strass, also Strass und verschiedene, ähm, immer mehr verschiedene Steinchenarten, die angeboten werden. Aber trotzdem ist es schon ganz entspannt. Und, ich habe hier, das wollte ich euch mal zeigen, schmeißt nicht die Zippbeutelchen weg. Ich sammle sie immer im großen Zippie, das ist jetzt nur ein kleiner Teil. Und, ja, da packe ich dann meine Steinchen wieder rein, sozusagen, in so Zippies. Und dann habe ich, die gibt es auch hier bei New Craft Day, so eine Rolle. Alle mit Stickern. Und dann schreibe ich mir einfach die Nummer da drauf. Das war jetzt die 01. Natürlich könnt ihr auch das Bild noch draufschreiben. Ich habe teilweise schon Strasssteine, wo ich gar nicht mehr weiß, wo die hingehören. Da muss ich mal schauen. Wollen wir mal von den großen was machen? Weil ich wollte euch mal diesen Stift hier zeigen, falls euch das interessiert. Da arbeite ich sehr gerne mit. Und, wenn er jetzt, wo ist denn der Stift? Huch. Ich hatte noch eben einen Wachsstift geholt. Und weg ist er. Ein Wachsstift ist weg. Das kann man nicht sein. Ich habe die noch eben noch gehabt. Oh, das ist wieder typisch. Ach, sorry. Ihr kennt die bestimmt, im Nagelbereich gibt es so Wachsstifte. Da kann man super die großen Sondersteinchen mitpainten. Das wollte ich euch eigentlich zeigen. Einen Moment. Ich habe diesen Wachsstift gefunden. Genau. Die kann man anspitzen. Kriegt man im Nagelbereich. Könnt ihr bei Temu, bei AliExpress. Ich glaube, New Craft Day hat die auch. Amazon kriegt die eigentlich überall. Nailart Stift würde ich eingeben. Oder Wachsstift. Genau. Ich habe gerade... Leute. Kennt ihr diese Kekse? Diese amerikanischen Cookies? Mit diesen riesengroßen Schokostückchen. Ja, ich habe meinen Stift gesucht und habe meinen Einkauf gefunden von Lidl vorhin. Och, Leute. Bin eigentlich immer mit auf Diät. Es geht ja in Urlaub im September. Mallorca Urlaub. Und... Ja. Ich habe immer bei den Diäten immer das Problem. Ich werde nebenbei mal pappen. Und trotzdem... Erstmal, ich liebe diese Kekse. Kennt ihr diese Cookies? Oh, mein Gott. Ich könnte mich da reinlegen. Vor allem, wenn du dann so ein halbes Jahr sowas nicht mehr hattest. Und du siehst es. Oh, ich konnte nicht dran vorbeigehen, Leute. Mensch. Ich würde sagen, wir machen mal dieses ganz großen Steinchen hier rein. Da habe ich voll Lust drauf. Und ja, ich konnte nicht dran vorbeigehen. Und sorry, ich musste mir den jetzt gerade holen. Und ich habe das Problem, ja, bei der Diät dann durchzuhalten. Ich habe dann so ein Fressflash. Ich weiß nicht. Dann, wenn ich dann... Nein, das ist ganz gefährlich. Und dann haue ich rein, weil ich das so vermisst habe. Das ist ja der größte Fehler, ne? Ja. Ich habe da echt ein Problem mit. Ich bin auch ein bisschen eklig. Ich esse auch gerne Nutella. Löffel Nutella. Einfach ein Löffel Nutella und dann einen schönen Kaffee dazu. Oh, Leute. Ich bin richtig so ein... Also bei Chips, da habe ich nicht so... Oh, ist das schön. Bei Chips habe ich tatsächlich nicht so das Problem. Aber mit Schokolade ganz schlimm. Also mit Schokolade ganz, ganz, ganz schlimm. Da werde ich schwach. Ich habe richtig so ein Schokoladen-Problem. Schoki geht immer. Und Schoki macht auch süchtig. So, was hatte ich auch letztes Mal? Was hatte ich so... Das sind so Mini-Reiswaffeln gewesen. Mit dunkler Schokolade überzogen. Ich mag ja gerne dunkle Schokolade. Wie ist das bei euch? Mein Mann zum Beispiel mag gerne weiße Schokolade. Und meine Jungs, witzigerweise, die mögen auch dunkle Schokolade. Und mein Mann ja gar nicht. Der ist ja eher so weiße Schokolade und auch Vollmilch. Aber weiße Schokolade komme ich gar nicht gegen an. Weil ich finde, die haben manchmal so einen komischen Nachtgeschmack. Da bin ich eher so bei Haselnuss und ein bisschen dunklere Schokolade. Zu dunkel mag ich auch nicht. Aber bis 70% geht noch. Wie ist das bei euch so mit Schokolade? Seid ihr ja der Chips- oder Schokoladen-Fan? Und wenn ihr gerne Schokolade isst, dann welche? Würde mich mal interessieren. So, 7, 9. Ich möchte ja von über euch erfahren. Ich finde das cool. Leider, leider, leider habe ich immer nicht so viele Kommentare bei meinen Videos. Ein kleiner Aufruf. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal einen Kommentar da lasst und wir uns austauschen, weil ich antworte auf jeden Kommentar. Da gibt es nicht nur ein Like oder ein Herzchen, sondern es gibt von mir auch eine Rückantwort. Ihr könnt mich auch gerne was fragen. Ich antworte auch da gerne, gerne. Ja, guck mal, wie viele wir noch übrig haben von diesen riesen Steinchen. Die werde ich auch bewahren. Da kann man richtig schön was mit basteln. Wir haben gerade für meine Mutter zum 60. mit Steinchen was gebastelt. Und ich finde das mega cool. Guckt, wie viele übrig geblieben sind. Das finde ich schön, dass so viele übrig bleiben. Meistens hat man bei diesen ganz großen, da sind so 1, 2 übrig bleiben. Aber hier haben wir ordentlich Steinchen, die übrig bleiben. Und das finde ich mega gut. Richtig schön New Craft Day. Deswegen, ich mag die Firma. Ich mag die Firma richtig gerne. So, dann wollen wir noch die Blumen einsetzen, die großen, die Rosen. Ich weiß nicht. Ich hatte auch jetzt vor 4 oder 5 Wochen erst das erste, vielleicht auch 8 Wochen, erst meine ersten Rosen. Die kannte ich vorher gar nicht tatsächlich. Und die kann man auch super zum, also ich kenne sie aus dem Bastelbedarf, kenne ich sie. Aber so kannte ich sie halt nicht. Und ich habe sie gerade erst kennengelernt. Und auch, guck mal, diese großen Rosen kann man super mit diesen Steinchen hochbekommen. Man kann natürlich auch alle damit painten. Oh, sie ist da schön. Man kann natürlich auch die Strasssteinchen damit painten. Aber ich bin eher da, ich mag das nicht, dieses Wachs, weil das so weich ist. Weil ich gerne ein bisschen doller drücke. Oh, sieht das schön aus. Sehr schön. Und ich glaube, sie hat, oh, jetzt habe ich die 1 da ein bisschen weggedrückt. Mache ich gleich nochmal. Hier haben aber viele drin. Und die bewahre ich natürlich auch auf. Huch, die kann man natürlich auch so setzen. Aber mit dem Stift geht das viel, viel besser. Und den kann man einfach anspitzen. Und die halten auch relativ lange. Am besten nimmt ihr aber einen offenen Spitzer. Ich habe nämlich das Problem, guck mal, wie doll das schon eingedrückt ist. Man kann ihn auch nochmal so gerade machen. Ich habe das Problem, wenn ihr einen normalen Anspitzer benutzt. Nimmt am liebsten, also am besten einen offenen. Und spitzt ganz vorsichtig, dass das Wachs auch nicht hängen bleibt. Weil ich habe mir schon 2 oder 3 Mal ein Zun, den guten, kennt ihr bestimmt. Diesen grauen, dieser Box. Von, ist ja egal. Die, wenn es auseinander klappt und dann Grip und verschiedene hat. Da habe ich mir den schon 2 Mal versaut. Und durfte das da irgendwie rauskratzen. Also da empfehle ich euch tatsächlich, dann einen offenen Anspitzer zu benutzen. Der nicht so einen Auffangbehälter hat. Oh, guckt mal, da ist eine Vielproduktion bei. Aber wir haben ja genug. Und wir haben sogar noch welche übrig. Oh, das sieht auch schön aus. Richtig schön. Wo ich auch Lust drauf hätte, ist so ein Teilbilder-Event. Das würde ich dann vielleicht mit einer Freundin starten. Muss ich mal fragen, ob sie Lust hat oder alleine. Ähm, Teilbilder-Event. Ähm, über Instagram. Instagram bin ich am meisten vertreten. Und über Facebook. Wenn ihr Lust habt, schreibt das mal gerne rein. Ob ihr Lust habt auf so ein, ähm, einmonatiges Teilbild-Event. Oh, Mensch. So. Ja, ich würde sagen, wir sind fertig. Ähm, den Rest paint ich gleich. Alter, ich finde die Riesensteinchen hier im Schmetterling sehen ja mega cool aus. Richtig schön. Das Bild gefällt mir mega gut. Auch hier mit den Rosen im Hut. Richtig cool. Ja, das werde ich heute Abend und morgen Abend wohl fertig painten. Und dann schaut gerne mal auf meinen Instagram-Account. Ja, habe ich gar nicht erzählt. Es sind neun Farben, ne? Entschuldigung. Es sind neun Farben. Hier seht ihr nochmal den Druck. Und hier sieht man auch die Sondersteinchen. Finde ich auch sehr schön. Hier ist ein H und da ist ein M drauf. Und das andere sind normale Nummern. Das ist schön zu erkennen. Und der Druck ist richtig, richtig gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Hallihallo. Schaut euch dieses wunderschöne Ergebnis an. Ich habe das Bild jetzt fertig gepaintet. Es hat mega viel Spaß gemacht. Und ich finde, der Schmetterling kommt auf dem Kleid richtig schön zur Geltung. Vor allem mit diesem großen Strassstein. Und den Hut finde ich richtig, richtig schön umgesetzt mit diesem Sonderstein. Hier haben wir diesen silbernen Rand. Da haben wir die Rosen. Und hier ist noch die Beere. Und ich finde das einfach richtig schön. Es passt einfach. Auch die Haare. Da sind richtig gute Farbtöne gewählt. Und ja, gefällt mir richtig gut. Und ist bis jetzt mein Lieblingsteilbild, was ich je gekauft und gepaintet habe. Ja, ich bin begeistert. Kauft es gerne nach mit meinem Code. Der ist auch dann in der Infobox unten. Sunny Szenen. Und da werde ich auch den direkten Produktlink verlinken. Ich werde gleich nochmal den Rand abschneiden. Und dann zeige ich euch da nochmal ein Bild von... Und dann mache ich jetzt ein Bild von LinkedIn. Vielen Dank.